die gehen jetzt um diese jahreszeit noch schwimmen sind die bescheuert ach da hinten was machst du da hinten denn ich wohne hier wir wohnen in einer das ganze sie für mehr die gehen um diese zeit noch schwimmen die leute mein gott ich habe mich hier festgefahren da komme ich auch nicht rüber wir rennen hier in badehose und ist es wir könnten ja theoretisch auch deadline spielen oder einfach das ist klar habe ich schon mal tron gesehen das sind so bikes der mal zu sonne strahl hinter sich die ziehen so herren hinter sich her und wenn da einer von uns durchfährt dann stirbt er halt und das ziel ist halt andere mit seinem strahl den man hinter sich her zieht auszuschalten das kann noch hier spielen also wenn er war können wir das machen ja los jetzt ja los jetzt da china wir haben erst was ich noch umgebracht dann starte ich das mal eben nico trinkt bei wow da können wir endlich mal vielleicht mal anfangen ich hoffe mal dass nicht das internet wieder rein scheißt wir haben ja heute bei tagen gegessen naja wie war's da war gut also und wir haben die ganze zeit über den shit gelabert das mag ich auch mega also mit meiner mutter und von ihr der freund der ist halt mega cool und dann bin jetzt irgendwie shit gelabert und so über andere leute gelästert so ist irgendwie immer typisch dass wenn man bei tang ist immer eine fette da ist und und dann ist aber nicht nett so über seine mutter zu sprechen oder über dennis eine fette ja hallo und dann haben wir uns über die leute gelästert und sushi gegessen jetzt ist nina pink bertys blau so wie immer und wieder und vor neid ja ich liebe soshi viel zu fischig wollte euch noch irgendwas fragen ach dennis amsterdam naja ja und bis bis märz sollten wir das machen bis märz okay weil ich bis dahin noch die bahnkart hab oh gott wo fahr ich denn hin okay ich bin explodiert ich auch das heißt ich bin jetzt schon einmal gestorben man darf sechs mal sterben oder was ja ja das war jetzt dumm dass ich dagegen gerast oh gott oh gott was machst du ja ach ja wenn du die items einsammelst dann wir setzen die mit hupen ein sie hat wen umgebracht ja mich weil ich versichtlich also ich bin geflogen und dann dadurch wo sie na sie na ich bin hinter dir alter war das jetzt fahr ich hier drunter her du kannst hier überhaupt nicht driften alter nein sie na ja voll der assi ich wollte doch vorher hat nicht geklappt ich hab auch schon wieder selber umgebracht gut oh gott da ist ein grüner wer ist denn da nein Leute wenn man wenn man sich selber umbringt zählt das dann auch oder was ach so für dich als punkt oder was nico du sollst gleich mal die tür um zu machen nico du sollst gleich mal die kreis in die hose gekackert wo kam sie denn her so wie oft seid ihr schon gestorben drei von sechs mal wir haben noch vier leben hat schon jemand verloren bislang noch nicht sind doch alle drin alter wer ist da purple ach das ist wert hochkommen what the fuck was war das sie na was tust du da du bringst alle um hast du das gesehen ich bin da hoch aus hochgefahren und dann explodiert what the fuck ok jetzt hab ich schon viermal selbstmord begangen hier dreimal alter woher kommt ihr denn bitte guck mal auf der map nein ich wollte noch bremsen was jetzt hab ich auch hier Berti ausgeschaltet nice Berti oh gott 50 verdient du hast direkt vor mir passend ist der strahl bei dir angegangen hä warum konnte ich da grad durchfahren warum konnte ich da grad durchfahren ohne zu sterben weil du respawn bist oder so ich mach ne schnecke ich mach ne schnecke ich hab auch hier du hast die hand selbstmord begangen okay okay hat jetzt schon jemand hat jetzt schon jemand das geben sie's doch nie hat jetzt schon jemand verloren hat jetzt schon jemand verloren ja ich wie du hast wie wieso bist du schon tot hä ja weil ich weiß ich ich springe zieh dann nach rechts rüber aber meine macht keine kurve nach rechts und fährt einfach weiter gerade aus wieso konnte ich da grad durchfahren ich check's nicht weil du respawn bist ich dachte man kann durch die streifen nicht durchfahren ja ne kurze zeit nachdem du lol hä wie kannst du springen hä wie bist du jetzt gesprungen das weiß ich auch noch nicht ich probier das grad nochmal ich dachte du fährst da eigentlich rein ja 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 du denkst du ich bin dumm ne ja 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 nein was schaust du das sah halt so aus ich tue sie wieder durch ich tue sie wieder durch ja wenn du die dinge einsammelst musst du hupen um die einzusetzen nein boah riggedy wrecked jo siehla nyam 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 aus dem linken bildrand nur noch wir beide sind über echt sind die jetzt alle schon tot ja warum weil die dumm sind bei dennis bin ich ganz gut gelinkt und in den 6 malen hab ich mich 4 mal umgebracht selber ey Leute ich hab mich jetzt schon 5 mal selbst ermordet und ihr verliert euer ernst kann man so schlecht fallen lol wie kannst du so schlecht sein das hast du immer noch an den stark sieh da fett einfach rein fett zu machen oh nice nice oh yeah mr crabs oh yeah oh yeah mr crabs wüsstest du eigentlich oh yeah kostet das tronbike eigentlich so im freien modus viel und da auch so ne komische granate äh granate hold up fun style oh yeah wie viel gibt's zu erfahren glaub die die hier sind oder 7 ja alter leute könnte ja so schlecht sein 8 oder 7 oder 8 wie kannst du so schlecht sein und in den Bein rein fahren alter ich hab mich 5 mal selbst gemordet ja nico 4 mal ja nico 4 mal ich bin einmal das sauchhaus hochgefahren und dann da da explodiert hochgefahren ich bin immer blöd in eure strahlen reingefahren glaub ich 3 mal runtergefahren oder so schade schade ich bin 4 mal runtergefahren und einmal der zu hoch hoch ja vom runterfallen konnte ich mich immer gerade so retten aua ich bin einmal und mich richtig hat runtergefahren weil ich einen boost aktiviert habe kennt ihr auch dieses engel und teufel das finde ich auch ganz cool ja das äh ist das nicht irgendwie so bei Tag oder so sind die engel irgendwie stärker oder was die mörder ja und bei Nacht sind die teufel die mörder mhm es gibt eigentlich so viele gegner oh yeah ich bin grün grün welche farbe habt ihr so orange blau hab wieder zu viel getrunken heute ok jetzt du das doll eine riesengroße Schüssel man sieht einfach nichts wer ist denn da orange ich wow scheiße nicht über den Schüsselrang drüber masen boah gut dass ich da gar drüber gejumpelt bin yo gut dass ich hier drunter her springen konnte wer ist denn da orange ich hehehehe Niko Motherfucker alter willst du mich verarschen NIEI NIEI naja jetzt mal auf und mal guck guck denn das naja fick dich uh das ist der Berti auch Berti tut das not nein Sina Berti Berti tut das not yeah Berti tut das not Berti Alter ich bin ganz oben lang gefahren da ist es los Berti jetzt du mir eingefallen da ist es Berti ja Sina wuuu Berti bist du grad in meins reingefahren ich bin grad in deins reingefahren ja super nein oh ich wollte drüber springen hä äh wut denn bist du an deinen eigenen strahl gekommen nein ich bin ich hab ne Einladung auf meinem anderen Profil bekommen und da bin ich instant stehen geblieben also komplett stehen geblieben da bin ich einfach explodiert aber du kannst ja so nicht anhalten ey habt ihr grad auch so ne komische Sicht dass ihr nur so komisch gucken könnt nach oben oder was ja nur so auf euren Lenker oder so nö also die Ego man muss das Touchpad mal drücken ja nein die Ego wieder weg Leute das Touchpad drücken was das Touchpad drücken ach scheiße oh oh dankeschön es gibt aber auch noch so ne hässliche Sicht da guckst du so ganz oben drauf na ich muss mal hier wen handeln oh fickt euch in deins eigenen gefahren oh das ist Sina ne das ist Berti wie ist das eigentlich wenn man stirbt ist die Linie hinter einem dann noch da oder nicht oh fickt mich das war ja richtig haarscharf ey oh geil ja das hier NEIN SINA wie neins alter ich bin gleich raus wer äh Daniels Daniels kann ich mal fragen warum grün jetzt eigentlich und warum Sina eigentlich noch im Leben ist oder kann ich mal fragen warum Berti so abstehen ach fuck alter ficktick nico nicky oder wie heißt das nico nicky nico nicky oh ich muss drüber danke da kann ich ja durchfahren Berti nein Sina Sina ernsthaft dann kann ich doch nicht riechen dass dein Strahl dann passend anliegt Berti 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 nein ist schon jemand tot eigentlich ich bin gleich tot ihr habt nur ein Leben oh ne oh ne Sina ey fickt dich Sina hab ich dich eingetreist SINA 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 ich bin raus ich bin raus ich muss bis zu hoch und springen ah toll ich bin raus das war zu viel da gerade hab ich dich gekillt ja du bist da so hoch gefahren da kann ich ja nie mehr vorbei wer 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 Sina ist volles Arschgesicht ey ich hab dir den Weg abgekreuzt Sparkasse ich guck jetzt gerade Berti zu er fährt aber ziemlich weit oben Berti lebt noch was ich guck jetzt Sina zu dann mach ich dich nervös oh Sina wegrasen schnell wegrasen lol wer war das? Nico bist du oder? das ist volles Arschgesicht Berti ist rechts neben dir hä der Orangene? ne ne das ist Nico hohoho oh oh fuck oh Sina what what the fuck und du überlebst das ist das nicht ist die durch meinen Schrei gemacht? ich hab das voll gesehen nein oh geil Sina hat oben so so einen Spin gemacht und sie hat wie so eine Harfab die wieder runter gefahren oh Sina what the fuck und jetzt bist du raus oh fuck diesmal hab ich rausgeflogen scheiße scheiße das war aber ein ziemlich nicer move ey Berti du Bisse ich muss raus oder was? nein an dem hab ich noch wir haben alle noch ein Leben hab ich auch nur noch eins ja ja oh jetzt wird's eng jetzt wird's eng oh wer gewinnt das nein und Berti ist raus Sina ey voll die wo hab ich ihn gekillt voll die gemeine Bitch joh hab ich echt gekillt Sina 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 mach Sina platt mach Sina platt Nico Achtung da sind deine eigenen und wo ist und wo ist und wo ist und wo ist das war einfach mal so knapp das Ding war ich war auch zwischen beiden eingekesselt und ich hab Sina doch voll gerammt alter voll die sickten Haare ey Alter hat Sina meinen Strahl nicht berührt? jetzt 3 ich nehm die Nummer 3 ich versteh auch nicht ey wie Sina das wieder rumgedreht hat wohin ey wie so ne Halfpipe und dann macht sie das versuchst du das ein zweites Mal da fliegt sie in der Hand los raus ja ja da war aber auch kurz so ja Grenzüberschreitung und hab ich da wieder reingefasst ja 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 ja